Bis er da wirklich ankommt. Die Kammer schon gleich mal scharf stellen will. Irgendeine Eiche. Siehst du das? Die Kammer hält viel näher hin, als es wirklich ist. Kannst du zoomen? Ne, das ist das Problem. Das ist automatisch. Schon reingezoomt, selbst wenn du ganz raus bist. Und weil ich im HD-Modus bin, kann ich sowieso nicht zoomen. Deswegen... What the fuck? Wenn du nicht hinten irgendwo ein Gully oder sowas, dann wirst du reinstecken.